hallo und herzlich willkommen zur neuen folge rocket league auf roti und mit dabei ist heute kai hallo leute und wir spielen noch zu zweit heute letztes mal mit martin gespielt der ist gerade irgendwie nicht dabei genau der hat gerade noch irgendwas anderes zu tun aber das soll davon abhalten hier wieder einen erneuten sieg einzufahren ein hervorragendes spiel wie immer hatte ja ich glaube du kommst du nicht so ganz klar oder eigen habe ich immer kurz den ball abgenommen oh shit er kommt gar nicht so schlecht müssen wir aufpassen da kam er angeflogen müssen wir ausspielen jetzt falls ihr wort haben uns die runde zu spielen rocket league einfach mal in die kommentare schreiben genau also ich meine das online also so da geht es da geht ja guck es dir an wunderbar perfekt 1 zu 0 ja sicher 1 zu 0 fast noch den first touch bekommen aber der war der andere doch etwas eher dran hast du den sag das doch alter ja ich denke ich kann dich verlassen ja aber ich hast du den ne w tf doch gesagt ich hab dich ja warum nicht du bist gegen die wand gesprungen wir fliegen gerade gegen franzosen zumindest hat der eine französische fahne ja das ist dein ernst was war da los ich habe mir nur kurz boost geholt was machst du das ist nicht dein ernst weil ich bin ja okay jetzt noch mal du fährst du fährst du fährst so geht doch das lieber wir 21 hinten das darf eigentlich nicht sein jetzt hier nehmen würdest ach scheiße der kam doch etwas anders als geplant hast du den weiß ich nicht nee wir sind durch geübt aber ich bin über gesprungen nein schnell nach hinten der hat so ein betonmischer auto alter was ist das denn was für ein auto so ein betonmischer das war eine gute vorlage von dir wir können unser tor pass auf ja ach nee selber rausgelenkt ja der hat das nicht so hinbekommen vorsicht alles gut so lange du jetzt hier keine scheiße faust nein nein warum ist es immer so knapp geht ja ganz knapp daneben wir kannst aber machen jetzt jawoll tor von rocorti gut ich glaube es nicht ich hätte schon bedenken dass du noch irgendwie vor der linie liegen bleibt oder so ja wahrscheinlich auch jetzt erste mal kontakt das ist doch nice ja na verdammt ich bin eh hin das heißt du müsstest den machen nein ja top stürmer wie ist das passiert was wie ist das passiert ist so der bei selber vorgelegt und dann daneben gesprungen tor ist vor ich glaube auch oh ja den mache ich jetzt ja sicher ja sicher wieder zurück da kam der sprint von hinten pass auf oder gibt da richtiger boost hier und dann die situation gesehen und schamlos ausgenutzt richtig am besten mit einer von uns im tor oder nicht da steht 42 wir können auch was riskieren ach so können wir das hat mich gehen die raps einfach vorne und versucht irgendwie der tor rein zu bekommen und ich stehe hinten und versuchts verteidigen ok 34 steht ja noch zwei minuten zeit diese drei tore die waren eigentlich alle zu vermeiden ok du fährst oh die hätte jetzt eigentlich von hinten holen können aber nee 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 lieber nicht lieber auf sicherheit spielen genau bei 4 zu 3 und bei dir im team weiß man ja nie das war richtig scheiße wenn du martin teammeister spielst du ja auch 4 gegen 2 war das nicht mal gelogen du musst du gehen raus an malin wer das hört wird wahrscheinlich nicht kommt sich seine eigene videos eh nicht an nee ah verdammt warte sehr schön geht der ohr was posten nein es ist aber schnell nach hinten fahr doch leider beschlägt sich das darf doch nicht wahr sein was macht mein auto da darf man sieht es gar nicht egal der gelbe ferrari was soll das du fährst ne ich verteidige hinten jetzt müssen wir echt konzentrieren also wir gehen hier nicht in die verlängerung auf keinen fall ohne wir gehen hier nicht ohne sieg raus nee noch eine minute ok bei 5 hier stellen wir uns beide einfach ins tor rein verteidigen ok jetzt müssen wir ein tor rein kriegen weil die konnten nämlich jetzt oh nein was macht das denn hast du das gesehen das ist aber auch ein bug oder sowas das wäre nie passiert geht der nein oh god nein verdammt ok ich glaube es geht doch in die verlängerung ich habe so das gefühl ich will auf keinen fall verlieren das wäre echt schade aber pass auf ja easy ja der wird rausgespielt glanzparade hey manuel kannst du noch machen ok nachspielzeit ich fahre du bleibst im tor ok hat ja gut funktioniert hier shit 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 ok ich fahr zurück du fährst nach vorne ok wir machen jetzt hier Torwartwechsel der kommt ja oh der kann gefährlich kommen oh scheiße nochmal Glück gehabt ja nein nein los fahr nach vorne versuch den irgendwie in die Mitte zu bekommen das war gerade mittig ich da kreise hier ein bisschen hinten warte warte sag bescheid ruhig gefahren ich komme dann nach vorne oh 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 ins tor ins tor nein ok ja nach vorne ja das wird ein tor nein das wird kein tor der kommt leider zu schräg oh was springst du denn daneben alter was ist denn da los oh pass auf pass auf mh ja ok ist glaube ich raus ne doch nicht ist noch gefährlich hast du jawohl sehr schön oh der kommt wieder ja ist raus jetzt für dich nach vorne los sprint los nein das Tor war leer das war leer das Tor komplett jetzt jawohl da ist das ding endlich boah was machst du denn da vorne das war echt heftig ja ja gewinner orange nice und wir heben ab oh doch nicht hallo ok was macht er denn los ja toll jetzt hänge ich da so boah gut nice noch ein Aufkleber abgestaubt und ich würde sagen bis zum nächsten Mal genau danke fürs Zuschauen bewertet das Video und haut rein tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal